Gunther Gabriel, zum dritten Mal dabei, ich bin ein CW-Funker. Diesmal auf dem zwölften Platz, dreimal dabei gewesen, damit zum letzten Mal. Ich hab seit ein paar Wochen so ein nagelneues Funkgerät. Das ist der allerneueste Schrei unten in meinem Armaturenbring. Und wenn ich mit Marc und Tobi durch die Windschutzscheibe starre und mir wird einmal die Fahrt zu lang. Dann schalte ich mein CW-Radio ganz einfach auf Empfang. QRZ, sexy, hexy, bitte kommen. Ja, ich hör' doch. Jetzt schon die Karnoffeln auf, Papa kommt im Dauerlauf. Ich bin CW-Funker auf Kana 4-Mobilstation. Da bin ich jederzeit empfang' zum Sprechbeleid mit meinem Mikrofon. Und wenn ich an den Knöpfen drehe und bin grad in deiner Nähe, dann hab' ich auch nen Klangton. Es war schon dunkel und ich fuhr die Ausfallstraße grad nach raus. Da gingen vor mir von den Wagen halt, die brenzlig leuchten an und aus. Und dann sah ich sie dann alle in der Radamausefalle und die Polizisten lachten bloß. Und da ließ' ich ziemlich locker über Funk mal eine Warnung los. QRX an alle, QRX, Platz 1 am Bahnhof, Schneemänner mit weisen Mütten. Heißen sie sich da raus, wer bist du denn? Ihr sprecht die Polizei. Ich bin CW-Funker auf Kana 4-Mobilstation. Da bin ich jederzeit empfang's und sprech bereit mit meinem Mikrofon. Und wenn ich an den Knöpfen drehe und bin grad in deiner Nähe, dann hab' ich auch nen Klangton. Hey du, hast du Schmalz auf der Antenne? Da will doch einer reinkommen. Halt die Klappe mit deinem Gemüselaß, sonst kriegst du heiße Ohr durch schlumpfen Funker. Hey, mich haut es fast vom Stuhl und mir wird's im Magen flau. Da kommt plötzlich so ein Notruf an von meiner eigenen Frau. QRX, hilf mich, hier sind Eindrichter im Haus. Watt denn, wo denn? Wir lassen's prozettieren. Los Jungs, nix wie hin. Hey Hanni, hier spricht der Mann, ich komme sofort. Kommst du, bitte. Hey Kumpel, lasst ihr ruhig sein, hier sind schon 30 wagen. Mann, später, wir haben den Mitkern. Ich bin CW-Funker auf Kana 4-Mobilstation. Da bin ich jederzeit empfang's und sprech bereit mit meinem Mikrofon. Und wenn ich an den Knöpfen drehe und bin grad in deiner Nähe, dann hab ich auch nen Klangton. Ich bin CW-Funker auf Kana 4-Mobilstation. Er ist ein CW-Funker auf Kana 4.